Der neue Modus Fass Spaß hat angefangen und natürlich Leute möchte ich euch heute das bessere Deck für den neuen Modus Fass Spaß vorstellen und ich habe mir gerade ein Deck gebaut, welches meiner Meinung nach glaube ich ganz gut sein wird in dem Modus dabei handelt es sich dabei um dieses Deck hier und wir gehen direkt rein in ein Spiel falls das Deck nicht gut sein sollte, werden wir es anpassen ansonsten denke ich sollte es eigentlich ganz gut sein, es gibt keine Zauber deshalb habe ich mir überlegt, nehmen wir auf einmal die Königsschweinchen, setzen wir die gleich in der Mitte weil wir natürlich mit dem Königsschweinchen auch in die Mitte gehen können und dann kriegen wir auch von den Gegnern Elixier, genau jetzt haben wir vier Elixier bekommen und ja, die Gegner haben auch keinen großen Zauber, das heißt das könnte auf jeden Fall sehr sehr gut so werden so setzt jetzt mal den Eisgeist, Skelette und dann können wir die nächsten Königsschweinchen spielen und er muss natürlich immer in der Mitte verteidigen, wir nehmen jetzt einfach einen Kobold Fass Kehrt einen Bombenturm, das ist natürlich ein bisschen nervig aber es sollte in Ordnung sein also ich muss gleich mal schauen, ob man den Miner spielen kann Miner könnte glaube ich auch ganz nice sein jetzt mache ich hier die Kanone, dann setzen wir hier den Eisgeist jetzt hier unsere Königsschweinchen ja, sieht okay aus jetzt sind wir hier die Valkyrie plus den kleinen Prinzen, warum? ich glaube er hat relativ wenig Elixier jetzt sind wir jetzt mal die Fähigkeit ich glaube, er hat kein Elixier, um das zu verteidigen es sollte der Turm werden jetzt spielt er seinen Prinzen rein Prinz geht down können auf jeden Fall hier Elixier bekommen sieht gut aus, sie haben auf jeden Fall gut ein Elixier bekommen gleich mal den nächsten Königsschweinchen spielen in der Mitte oh, der sieht gut aus sieht auf jeden Fall gut aus, setzen jetzt gleich mal den kleinen Prinzen werden die Fähigkeit aktivieren ich glaube, der Gegner hat aufgegeben sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice aus also ich finde das Deck eigentlich ganz gut kann mir aber vorstellen, dass es auf jeden Fall bessere Decks gibt so Decks zum Beispiel mit dem Miner, mit dem Augenbrecher zum Beispiel muss man gleich schauen, ob es die auch gibt aber ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Deck auch sehr, sehr stark sein wird so, erstes Spiel gewonnen aber wir probieren definitiv ein anderes Deck aus also ich kann das auch schon definitiv empfehlen jetzt müssen wir auf jeden Fall kurz schauen ob es den Miner gibt ok, es gibt tatsächlich den Miner nicht ok, es gibt keinen Miner und es gibt es gibt Mauerbrecher, aber es gibt keinen Miner ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll wäre mit Miner reinzugehen ok also bis jetzt hat mir das Deck sehr, sehr gut gefallen ich würde sagen wir wir probieren es einfach weiterhin ich glaube das Deck ist vielleicht wirklich sehr, sehr gut also ich dachte, vielleicht kann man meiner Mauerbrecher spielen aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die Mauerbrecher auf das Fass gehen würden ich bin mir wieder die Königschweinchen ok, er hat hier tatsächlich eine Feuerwerkerin, gegen die wir nichts haben leider jetzt einfach mal die Walküre aber die Feuerwerkerin ist gut ich glaube, wir könnten die Feuerwerkerin unser Deck packen setzen wir mal hier die Königschweinchen ja, die Fähigkeit vom Gegner war es halt nicht ok so, wir haben wieder Elixier bekommen so, können wir jetzt mal hier versuchen so, ich glaube, ich bin einfach hier ein königliches Luftpost ok, Henker trifft es auch ja, es klingt immer so komisch, verwundert aber ich bin jetzt gerade zum zweiten Mal den Modus sehr, sehr schlechter MK, by the way weiß nicht, ob der Friedhof jetzt so gut war klar, er kriegt ein bisschen Schaden aber es ist halt auch nicht wirklich viel ich versuche mal hier ins Holz zu werfen ok lass uns einfach mal durchlaufen wir wollen auf jeden Fall hier sein Fass holen ich hoffe, wir kriegen es ok, wir haben sein Fass nicht bekommen wir können jetzt mal die Luftpost spielen können hier unsere Valkyrie spielen das sieht doch ganz gut aus ich weiß nicht wir spielen jetzt mal die Kanone wir sind mal zu langsam ich muss mal ein bisschen beeilen naja, aber der Gegner spielt es halt auch wirklich schlecht muss man ehrlich sagen so, spielen wir jetzt mal die Königsschweinchen in der Mitte wahrscheinlich spielt er gleich MK obwohl, er hat glaube ich nicht ganz Elixier wir sind mal die Fähigkeit ein jetzt mach ich hier ein Erholz so, Valkyrie kommt Valkyrie kommt ein bisschen zu spät, glaube ich so, unsere Schweinchen kommen recycle unsere Karten ok ja, wir haben nichts gegen die Crackerinnen ich glaube, vielleicht sollten wir wirklich eher ein vielleicht sollten wir wirklich Pfeile in Sekt tun Pfeile könnte auch, glaube ich, ganz nice sein so, weil wir halt auch kein Erdbeben haben mit Erdbeben und Holz kann man eigentlich immer die Crackerinnen holen naja, wobei, belasten sie das mal so, wir spielen selber die Crackerinnen Crackerinnen für was für, ich würde sagen, für Eisgeist ich würde sagen, das ist das Enddeck ja, ich glaube, mit diesem Deck kann man auf jeden Fall nichts falsch machen vielleicht vielleicht noch die Pfeile für die Luftpost ich bin mir nicht sicher, ob die Pfeile und die Luftpost zusammen auch hier den kleinen Prinzen down bekommen falls es nicht so sein sollte spielt die Luftpost falls die Pfeile und Holz die, ähm den kleinen Prinzen down bekommen spielt das so ansonsten spielt gerne dieses Deck ich finde es, glaube ich, ganz geil ähm es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial ich danke fürs Zuschauen also falls die nächsten Tage irgendwas Neues kommen sollte lasse ich euch auf jeden Fall es wissen macht's gut Leute ciao 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 ciao